Dieses Video wird unterstützt von GetInIT. Wenn ihr euren Traum verwirklichen wollt und selbst als professioneller Spieleentwickler oder in einem anderen Feld der IT arbeiten wollt, dann klickt da definitiv mal rein und schaut am Ende des Videos nochmal vorbei. Dort zeige ich euch noch ein paar mehr Details. Bis dann. Ihr seid noch da? Oh gut, dann lasst uns direkt weitermachen. Herzlich willkommen zurück zu FreeJS und ja, ich hoffe echt, ich habe euch letztes Mal nicht abgeschreckt von diesem wunderschönen Ding. Wir haben eigentlich letztes Mal nur den Code drumherum geschrieben, alles aufgesetzt und das war wirklich viel Anstrengung. Ich verspreche euch, es wird nie wieder so anstrengend wie letztes Mal, okay? Also lasst uns direkt anfangen und was wir heute machen wollen ist, wir wollen die erste richtige Szene bauen. Dazu bitte einfach euer Setup von letztem Mal wieder aufbauen, also quasi den Python Web Server starten und ja, eure Main.js aufschreiben, denn das ist jetzt der Punkt, an dem wir was verändern wollen. Wir wollen natürlich in der Main.js eine Szene aufbauen und diese Szene, die bauen wir nicht einfach nur so, sondern wir packen sie in eine Funktion, damit das alles schön aufgeräumt ist, weil ich ein Ordnungsfanatiker manchmal bin und ja, das vor allem bei Code rauskommt. Aber okay, so, also wir bauen uns erstmal eine Funktion, die einfach aufgerufen wird. Mehr nicht nur, damit wir halt quasi für später das Grundgerüst haben, damit wir alles schön der Reihe nach haben, okay? Okay, so und ja, hier rein packen wir jetzt den eigentlichen Code. Nun, ihr müsst euch jetzt bei FreeJS ein kleines bisschen umgewöhnen und zwar FreeJS, wie der Name schon sagt, ist eine dreidimensionale Szene, die da gebaut wird, ja? Das heißt, ihr habt wirklich 3D. Das heißt, wie im Echtnehmen. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz, dass ihr eure Augen weg von eurem Bildschirm richtet und zwar auf irgendein Objekt in eurer Nähe. Nehmen wir einfach mal das Handy, das hat wahrscheinlich jeder da. Hebt das Handy hoch und dann dreht es ein bisschen. So, und jetzt folgendes. Eure Augen sind die Kamera, ja? Das ist quasi die Kamera. Ihr startet da, wo eure Augen sind. Also das ist das, wo quasi euer Sichtfeld anfängt. Und dieses Objekt, das ist das, was quasi in eurem Fenster drin ist. Aber, und das ist jetzt der große Punkt, ein Browser kann nur 2D darstellen. Aber wir können trotzdem eine dreidimensionale Szene aufbauen, mit eurem Handy zum Beispiel drin. Und die dann auf 2D runterbrechen. Und ihr seht auch im Endeffekt nur 3D, weil ihr zwei Augen habt, okay? Eigentlich, naja, könnt ihr auch nicht wirklich arg viel mehr als 2D sehen, wenn ihr nur ein Auge habt. Das heißt, macht mal ein Auge zu und ja, dann habt ihr nur noch 2D, weil ihr dann keine Entfernung mehr messen könnt. Das ist super witzig übrigens, kann man gerne mal ausprobieren. Bitte nicht beim Autofahren oder beim Fahrradfahren oder sonst irgendwo. Nur zu Hause in sicheren Umständen. Okay, also lasst uns anfangen. Wir brauchen also eine Szene, ja? Diese Szene bauen wir, indem wir über 3, über dieses 3 Objekt, was 3 Punkt, willst du mich jetzt verarschen? So, 3 Punkt Scene, okay? Und hier bekommen wir quasi unser Szene Objekt raus. Das ist quasi der Punkt, wo alles drin ist. Ja, das ist quasi der dreidimensionale Raum, denn hinter euch sind ja auch noch Dinge, auch wenn ihr sie nicht seht. Hier ist alles in dieser Szene drin. So, und jetzt bauen wir eure Augen. Das heißt, die Kamera, also war, Camera ist gleich, new, 3, Achtung, hier wieder nicht verarschen lassen, Punkt Perspective, Perspective, Camera. Das ist quasi die perspektivische Kamera. Das nehmen wir jetzt einfach mal erstmal so als gegeben hin. Da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Das sind in dem Fall eure Augen. So, jetzt braucht ihr allerdings ein kleines bisschen mehr Parameter als eure Augen. Eure Augen sind einfach da. Wir müssen jetzt hier allerdings ein paar Sachen angeben, und zwar Field of View. Denn nicht jede Augen sind gleich. Field of View bezeichnet im Endeffekt, wie groß euer Sichtfeld ist. Das heißt, manche Menschen, das kann man tatsächlich trainieren, können sehr, sehr weit rechts und sehr, sehr weit links, also quasi direkt neben ihrem Kopf Dinge noch sehen. So, auch wenn sie gerade ausgucken, ohne die Augen jetzt zu bewegen, können sie trotzdem noch ihre Hände direkt neben dem Kopf wahrnehmen. Das ist faszinierend, machen wir aber nicht. Wir machen hier einfach nur ein Field of View von 45 Grad, sind das in dem Fall. Und dann sagen wir hier Window Punkt Inner Width geteilt durch Window Punkt Inner Height. So, und das ist unsere Aspect Ratio. Das heißt, quasi wie groß ist denn eigentlich unser, oder in welchem Verhältnis steht Seite zu Höhe. So, warum nehmen wir hier Window? Naja, ganz einfach, wir wollen einfach das ausnutzen, was der Browser zu bieten hat. Achtet hierbei auch darauf, das ist nicht unbedingt immer dieselbe Größe. Das heißt, bei manchen Leuten kann das Hochformat sein, Handys zum Beispiel. Bei anderen Leuten auf dem Desktop-Rechner könnte das Querformat sein. Das heißt, man sieht nicht immer denselben Bildausschnitt. Aber dadurch, dass wir 3D rendern, ist das auch gar nicht so schlimm. Wir rendern dann halt einfach immer das, was eben da zur Verfügung steht. So, also quasi der Bildausschnitt. Wie, welches Seitenverhältnis haben wir hier? Dann brauchen wir die Near und Far Clipping Plane, so heißen die Dinger. Und die setzen wir einfach mal auf 1 und 1000. Das ist quasi alles, was vor der Clipping Plane 1 ist, also quasi direkt bei euren Augen. Das wird abgeschnitten, also was näher dran ist. Und alles, was mehr als 1000 entfernt ist, wird auch abgeschnitten. Sozusagen, wir können nicht weiter gucken als 1000. Wobei diese 1000, die muss man, das sind einfach nur Units, die so nicht festgesetzt sind, was das genau ist. Okay, also es wird einfach abgeschnitten, um dann eben ein bisschen Leistung zu sparen, damit wir nicht weit nach hinten gucken können. So, und jetzt habe ich euch gesagt, das Runterbrechen von einer dreidimensionalen Szene auf ein zweidimensionales Bild zum Beispiel. Also, wenn ihr ein Foto schießt, ist das genau derselbe Vorgang. Ihr brecht runter das dreidimensionale auf das zweidimensionale, denn ein Foto ist nur zweidimensional. Wir können das Ding einfach nur angucken und wir können nicht irgendwie Objekte da drin drehen oder sowas. Und das muss mit eurem Browser auch gemacht werden. Dieser Vorgang nennt sich Rendern, ja. Deswegen brauchen wir hier einen Renderer, also Renderer und ja, das bekommen wir, da gibt es drei Möglichkeiten jetzt hier. Wir bekommen unseren Renderer auch wieder von Free, also Free.WebGLRenderer. Das ist der, den ich euch hier empfehlen möchte, denn ja, wir wollen ja hier was mit WebGL machen. WebGL verwendet eure Grafikkarte, das heißt, es ist, als hättet ihr ein Spiel im Browser. So, und das ist genau der Punkt, den wir ja hier in dieser Reihe machen wollen. Es gibt auch noch den Canvas Renderer und den SVG Renderer. Das ist okay, wenn ihr zum Beispiel in einer Umgebung seid, wo 3D oder Grafikkarte nicht verfügbar sind. Aber da wird dann alles wirklich mit der CPU, also mit dem Prozessor, mit dem ganz normalen Prozessor berechnet und nicht mit der Grafikkarte. Logisch, das war ja die Intention. Aber die CPU ist deutlich langsamer, was das angeht. Sprich, es leckt höchstwahrscheinlich wie Sau. Und auf der anderen Seite habt ihr auch keine Shader zur Verfügung, ihr habt keine Shadows zur Verfügung. Höchstwahrscheinlich viele Features vom WebGL Renderer fallen da halt einfach raus. Es sieht halt einfach nicht so gut aus. Deswegen immer den WebGL Renderer machen in dieser Serie, weil wir natürlich coole Sachen machen wollen. Und ja, dann brauchen wir noch die Größe von diesem Ding, Renderer.setSize. Und das bekommen wir über Window.InnerWidth und Window.Inner... Ups... Hi, 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 was ist denn heute los? InnerHeight. So, okay. Und ja, das ist tatsächlich jetzt eigentlich fast fertig. Was wir jetzt noch brauchen, ist, wir müssen dem Renderer sagen, beziehungsweise wir müssen unserem HTML-Dokument sagen, also hier quasi, müssen wir sagen, wo denn unsere fertige Szene eigentlich auftreten soll. Und das machen wir auch im JavaScript-Code, weil wir das erst hier hinten machen dürfen. GetElementById. Und ja, wie haben wir das Ding gelernt? Schaut nochmal gerne bei euch nach. Das kann sich bei euch natürlich völlig unterscheiden. Wir haben uns das WebGL genannt. Das heißt, wir holen uns das WebGL-Objekt und hängen da einfach ein neues Kind rein. Sozusagen. Wir machen quasi mal wieder Babys hier. Renderer.domelement. Okay. Ja, und damit haben wir den Renderer da angehängt. Wenn das jetzt allerdings gestartet wird, wird es immer noch nicht funktionieren, weil wir dem Renderer noch nicht gesagt haben, er soll jetzt endlich mal rendern. Und das machen wir hier mit Renderer.Render, Render, Render, Render... Okay, Render. Ja, ähm, und ja, der braucht im Endeffekt nicht arg viel mehr, der braucht eben eine Szene. Das heißt, er sieht, okay, das sind alles die Objekte, die in meiner Szene drin sind. Bitte beachtet hier, wir haben auch noch keine Objekte eingefügt, kommt aber noch. Und dann gibt es natürlich noch eine Kamera, damit er weiß, von wo aus er eigentlich gucken soll. Und das ist dann der Render-Vorgang. So, und damit sind wir für heute eigentlich schon am Ende. Wir wollen jetzt nochmal natürlich alles uns angucken und hier aktualisieren. Und wir sehen, dass wir nichts sehen. Alles ist schwarz. Und wenn alles schwarz ist, dann ist das auch absolut genau das, was wir haben wollen. Wir sind jetzt sozusagen, also wir haben hier quasi uns, also unsere Kamera, also quasi unsere Augen, haben wir in einen Raum reingestellt, in eine Szene reingestellt, die absolut leer ist. Wir haben nichts hinzugefügt, weder Licht noch irgendwas anderes. Wir haben nur gesagt, schau mal, so groß sind wir, so weit können wir gucken und so ein Gesichtsfeld haben wir. Dann haben wir gesagt, rechne. Mehr haben wir hier nicht gesagt. Wir haben aber keine Objekte reingetan. Wir haben kein Licht reingetan. Wir haben keinen Schatten reingetan. Wir haben gar nichts reingetan. Und dementsprechend ist diese Szene natürlich noch komplett leer und dementsprechend natürlich noch komplett schwarz. Und das ist auch völlig okay. Das ist genau das, was wir eigentlich vorhatten. Und den Rest machen wir natürlich im nächsten Video. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich will in diesem Bereich später mal arbeiten oder jetzt am besten direkt mal arbeiten, dann schaut euch auf jeden Fall Get in IT an. Dort gibt es mittlerweile über 4.500 IT-Jobs von wirklich sehr, sehr geilen Firmen, auch für die ich natürlich auch arbeiten wollen würde, wenn ich nicht für euch komplett da sein möchte. Und ja, die bewerben sich sogar bei euch. Das heißt, ihr müsst nicht mal Bewerbungen schreiben, sondern die Firmen bewerben sich bei euch und ihr werdet dann gematcht und ja, könnt dann dort quasi direkt anfangen. Natürlich nicht nur im Game Design, sondern in jedem Bereich der IT. Aber da wir gerade Game Design machen sozusagen für den Browser, ist das natürlich auch eine super Gelegenheit für euch. So, einfach hier auf Profil bearbeiten gehen. Das Ganze ist natürlich komplett kostenlos für euch und ihr könnt euch da anmelden. Kostet euch gar nichts und dann einfach hier angeben, was ihr wirklich alles könnt. Wir haben ja schon mal ein Sponsoring gemacht. Das heißt hier React.js, TypeScript, Python und Machine Learning haben wir alles schon gemacht. Und ja, jetzt sagen wir einfach mal, Mensch, nach dieser Serie können wir natürlich noch Free.js. Hier absolut perfekt und dann natürlich nicht nur auf einer 3 von 5, sondern auf einer soliden 5 von 5 und dann können wir auch im Free.js Bereich einen Job finden. So, dann natürlich noch die Sprachen einstellen, Perspektiven, Studium, Ausbildung und Praxiserfahrung und Lebenslauf. Und wenn ihr wirklich euer Profil komplett ausgefüllt habt, was ihr hier oben an den wunderschönen Diamanten seht, dann könnt ihr wirklich erwarten, dass einige Firmen sich bei euch bewerben werden. Das ist nämlich auch so gewesen bei unseren bisherigen Sponsorings. Dort haben tatsächlich 80% der Leute, die sich über meinen Link angemeldet haben und ihr Profil komplett ausgefüllt haben, ein Jobangebot bekommen. Ich glaube, das allein ist schon Motivation genug, das zu tun. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Lernen, wünsche ich euch viel Spaß beim Jobsuchen beziehungsweise gesucht werden und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.